Hallo alle zusammen! Heute sprechen wir über deutsche Automarken. Today we will talk about German car brands und wir sprechen darüber, wie man diese ausspricht. We will talk about how to pronounce them. Dieses Thema hat sich einer meiner Schüler von Patreon gewünscht. This topic was requested by one of my students from Patreon. Er heißt Lim und er unterstützt mich jetzt schon seit zwei Monaten. His name is Lim and he's already supporting me for two months. Dankeschön Lim und los geht's! Nummer 1. Audi. Audi. Audis Slogan ist Vorsprung durch Technik. Vorsprung durch Technik. It means advancement through technology. Vorsprung durch Technik. Und Nummer 2. BMW. BMW. Und das bedeutet bayerische Motorenwerke. Bayerische Motorenwerke. Bavarian Motor Works. Und BMWs Slogan ist Freude am Fahren. Freude am Fahren. Und die nächste Automarke. Volkswagen. Volkswagen. Das bedeutet, das ist ein Wagen für das Volk. Und Wagen ist ein anderes Wort für Auto. Wagen ist just another word for Auto, which means car. Und das Volk sind die Menschen, die Leute. Und die Abkürzung für Volkswagen ist VW. VW. Volkswagen. Und der Slogan von Volkswagen ist das Auto. Kreativ, oder? Und Nummer 4. Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. Der Slogan von Mercedes-Benz ist das Beste oder nichts. The best or nothing. Das Beste oder nichts. Nummer 5. Opel. Wir leben Autos. We live cars. Und es gibt einen lustigen Spruch über Opel auf Deutsch. There is a funny saying about Opel in German. And it goes like this. Jeder Popel fährt einen Opel. Jeder Popel fährt einen Opel. So, was ist ein Popel? What is a Popel? Ein Popel ist das kleine, diese kleinen Bälle, die du in der Nase hast. It's those little balls which you have in your nose. Ein Popel. Und dann sagen wir, jeder Popel fährt einen, ja, nennen ist just, it's short für einen, Opel. Also es ist nicht so nett für Opel-Fahrer. It's not so nice for Opel-Drivers. Es tut mir leid, falls du einen Opel hast. I'm sorry, in case you have an Opel. Und das letzte Auto ist Porsche. Porsche. There is no substitute. Sie haben einen englischen Slogan. Und die Hausaufgabe. Welches Auto hast du? Which car do you have? Du kannst schreiben, ich habe einen VW oder ich habe einen BMW oder ich habe einen Porsche. Uiuiuiui. So, immer mit Akkusativ, with accusative, ja. Und if you don't have a car, you can also tell me, was ist dein Traumauto? Which is your dream car? Ich wünsche mir einen Porsche. Ich wünsche mir einen Porsche. So, I wish for myself a Porsche. Und es muss keine deutsche Automarke sein. It doesn't have to be a German car brand, of course. Ja, das ist alles. If you also have some video requests, then please support me on Patreon. And then I can make the videos about your requests. And you also get access to my private Facebook group and monthly hangouts with me and so on. Gut, danke schön und tschüss. Gut, danke schön und tschüss.